Baddha-Hasta-Yoga-Mudrasana ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Variationen der Yoga-Mudra-Stellung. Ausgangsposition ist der Lotus-Sitz oder jede andere kreuzbeinige Stellung. Von hier falte die Hände hinter dem Gesäß und beuge dich nach vorne. Du kannst aber entweder die Hände hinter dem Kreuzbein lassen oder die Arme heben bei gefalteten Händen. Das wäre jetzt die Baddha-Hasta-Yoga-Mudrasana-Stellung im Sinne von Yoga-Mudra-Stellung mit gefalteten Händen. Eine etwas fortgeschrittenere Variation von Baddha-Hasta hier wäre verschränkte Arme. Das heißt mit den Händen an die gegenüberliegenden Ellbogen zu fassen und dich so nach vorne zu beugen. Was dann auch noch etwas Schulterflexibilität erfordert. Beide Variationen helfen, dass du zur Erde hin dich öffnest, dass die Schultern sich öffnen und dass du in der Wirbelsäule die Energie nach oben bringen kannst. Alle Variationen von Yoga-Mudrasana findest du in der Yoga-Vidya-App sowie auf www.yoga-vidya.de Und wir freuen uns immer über einen Daumen hoch oder gefällt mir.